Hi, Patrick hier vom Digitalen Weiterbildungsinstitut und in dem Video schauen wir uns mal für die technischen Betriebswirte des Fach Materialplanung und Absatz an, Absatzwirtschaft, weil wir haben uns nämlich die letzten Prüfungsjahre angeschaut, haben analysiert, welche Themen da immer drankommen und haben das in eine Pareto-Analyse gemacht. Und das Tolle ist, bei so einer IHK-Weiterbildung ist ja, dass der Rahmenplan immer gleich bleibt, dementsprechend sind auch die Prüfungen immer gleich aufgebaut und wir haben das Ganze hier in eine Pareto-Analyse gepackt. Das heißt, was sehen wir hier? Wir sehen hier praktisch die letzten Prüfungsjahre in der Tabelle oben, von Frühjahr 2022 bis Frühjahr 2015 und dann haben wir praktisch das alles in Themen aufgeteilt. Ja, und umso weiter oben das Thema steht, desto wichtiger ist es halt, weil es häufiger drankommt und mehr Punkte gibt, also gesamtheitlich betrachtet. Und wir haben hier das Thema Restliches, ja, Restliches aus anderen Fächern. Ja, weil bei Materialplanung und Absatzwirtschaft, da haben wir halt ein paar Themen, die sich halt nach dem Rahmenplan noch überschneiden. Die sind auch schon in anderen Fächern unterteilt worden, wie zum Beispiel strategische, taktische und operative Planung. Das sind dann so Sachen, die sich hier wieder wiederholen. Deshalb ist das hier einfach als Restliches zusammengefasst. Ja, weil wir haben einfach gesagt, okay, es macht jetzt keinen Sinn, nochmal einzelne Themen aufzuführen und dann da die Tabelle hier, anstatt elf Spalten, elf Zeilen, 20 Zeilen groß zu machen. Das heißt, das sind so Themen, wo wiederholt sich wiederholen. Ja, da ist zum Beispiel auch eine Nutzwertanalyse schon dabei gewesen, was natürlich auch in Finanzierung und Investitionen schon abgearbeitet worden ist. Der nächste große Block, das ist Marketing. Da gibt es Marketinginstrumente, Marketingstrategien. Und du siehst praktisch, Marketing hast du immer eine Aufgabe. Ja, also einmal gab es keine Aufgabe drin, beziehungsweise das war dann eine Überschneidung aus Restlichen drin, deshalb war das nicht so stark gewichtet. Aber sonst siehst du, Marketing kommt eigentlich jedes Jahr dran. Ja, mit zwölf Punkten, mit acht Punkten, auch schon mit 29 und 36 Punkte. Ja, sehr starke Prüfungen waren das dann in zwei Jahren, wo es sehr marketinglastisch war. Dann hatte man 17 Punkte, 18 Punkte, 31 Punkte. Und das Tolle an Marketing ist halt, das kannst du eigentlich relativ gut auswendig lernen. Ja, weil die Instrumente, die Strategien nach dem Rahmenplan, die da vermittelt werden, die gibt es schon seit ein paar Jahren, die ändern sich dann nicht mehr groß. Das kann man wirklich auswendig lernen. Das nächste Thema ist auch einer meiner Lieblingsthemen tatsächlich, weil da haben wir praktisch alles so mit Logistik-Kennzahlen, also Lager-Kennzahlen berechnen. Zum Beispiel die optimale Bestellmenge, der durchschnittliche Lagerbestand, aber auch die Losgröße, also die optimale Losgröße. Weil das ist eigentlich eine Formel, die ist genauso aufgebaut wie bei der optimalen Bestellmenge. Deshalb haben wir das hier zusammengefasst, wobei Losgröße eigentlich nur zweimal dran kam. Aber vom Prinzip ist es genau das Gleiche, weil es ist eigentlich fast die gleiche Formel. Da ändert sich nur ein Wert drin. Also wenn du die eine Formel kannst, kannst du auch die andere. Und du siehst, das Thema kam mit sechs Punkten mal dran, mit 19 Punkten. Dann kam es einmal nicht dran. Dann hat es sogar mal 36 Punkte gegeben, 33 Punkte, dann mal sieben Punkte. Du siehst, es kommt eigentlich immer dran, außer hier Herbst 2017 und Frühjahr 2021 kam das Thema nicht dran. Und dann haben wir das Thema Beschaffung, also Beschaffungsstrategien, Beschaffungsmethoden, Beschaffungskonzepte, wo du siehst, das kommt eigentlich fast jedes Mal dran, außer dreimal war da kein Schwerpunkt drauf. Wir haben ja auch die ABC und XYZ-Analyse, dass man weiß, welche Güte man wie beschaffen soll, um da die entsprechenden Strategien auch festzulegen. Und ja, du siehst schon, wenn du jetzt diese vier Themen richtig kannst, dann hast du knapp 70 Prozent eigentlich immer durchschnittlich von deinen Prüfungen erreichen können schon. Also es sind schon sehr, sehr wichtige Themen hier. Dann haben wir praktisch noch ein Thema Recht. Recht. Da geht es jetzt gar nicht so tief rein wie bei Recht und Steuer bei den Fachwirten. Ja, also Recht ist eher so, wie kommt ein Vertrag zustande? Ja, prüfe, ob da ein Vertrag zustande gekommen ist. Durch zwei übereinstimmte Willenserklärungen. Ja, dann gibt es unter Abwesenden, unter Anwesenden und unter Abwesenden. Ja, und das musst du wissen. Bring mir dir in unserem Kurs auch bei, dann kannst du das Ganze. Ja, kommt jedes Mal dran. Dreimal kam es tatsächlich nicht dran. Frühjahr 20, Herbst 19 und Frühjahr 15. Aber sonst siehst du, es gibt eigentlich immer so zwischen 27 Punkte. Ja, einmal gab es auch nur sechs Punkte. Dann haben wir das ganze Thema Fertigungssteuerung. Ja, also Aufträge zu priorisieren. Fertigungsverfahren und Fertigungsplanung. Ja, was, wo man merkt schon, hier gibt es sehr viele Lücken in dem Bereich. Das kommt nicht jedes Mal dran. Ja, aber wenn es dran kommt, dann sind es schon so 21 Punkte, 9 Punkte, 10 Punkte, 14 Punkte. Dann haben wir Schutzrechte. Schutzrechte wie zum Beispiel ein Patent, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmuster. Ja, wie lange da praktisch die Laufzeiten sind, was auch die Anforderungen sind von solchen Schutzrechten. Die solltest du kennen und abgrenzen können. Kannst du aber auch in deinem Buch dann, was du in der Prüfung verwenden darfst, praktisch abschreiben. Ja, dann haben wir ein Thema Inko-Terms. Ja, Inko-Terms ist halt etwas, da gibt es immer mal wieder auch neue, andere Inko-Terms. In der Regel werden hier aber auch nur die Gängsten in der IHK-Prüfung abgefragt, wie zum Beispiel Ex-Work, also Ab-Werk. Es gibt zum Beispiel 6 Punkte, 16 Punkte oder 12 Punkte. Dann haben wir noch Kennzahlen. Ja, also Kennzahlen, natürlich, sage ich mal, welche Kennzahlen es gibt. Siehst du, es gibt zum Beispiel nur 5 Punkte, 16 Punkte, kommt jetzt gar nicht so häufig dran. Und dann haben wir halt nochmal ein Thema, wo zweimal dran kam, ein Stück Kostenrechnung, weiß ich auch nicht, was die IHK sich damals gedacht hat. Wir waren auf jeden Fall zweimal mit 10 Punkten dran, was aber auch ein bisschen so Wiederholung aus Rechnungswesen war. Ja, hätte man auch hier nochmal zusammenfassen können, aber wir haben das halt hier einfach separiert. Und das ist einfach wichtig, dass wenn du eine Weiterbildung machst, dass du halt ganz genau weißt, welche Themen drankommen und dass du ganz genau auch diese Themen richtig kannst. Die wichtigsten, natürlich solltest du bitte niemals auf Lücke lernen, ja, weil wenn du mal auf Lücke lernst, dann kann es natürlich auch sein, dass du eine Aufgabe hast mit 20 Punkten. Ja, wenn du jetzt, sage ich mal, Fertigungsplanung hier auf Lücke gelernt hast und das nicht gelernt hast, hast du halt 20 Punkte nicht erreichen können. Aber du solltest halt ganz klar dich auf diese oberen Themen fokussieren. Das ist das Wichtigste, das muss sitzen, wenn du in die Prüfung gehst, ja. Die anderen Themen sollte man dann zweitrangig oder mit Priorität 2 lernen. Und so siehst du halt praktisch, dass es in jedem Fach Themen gibt, die besonders wichtig sind und Themen gibt, die jetzt nicht so wichtig sind, ja, aber die sollten halt nicht vernachlässigt werden. Genau, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wenn auch du dich einfach und erfolgreich zum technischen Betriebswirt weiterbilden willst, dann hast du natürlich die Möglichkeit, in einem Erstgespräch Kontakt bei uns aufzunehmen, kannst du über die Webseite machen. Den Link findest du auch unterhalb von dem Video. Ansonsten wünsche ich dir noch ganz viel Spaß, ja, wir werden nämlich hier zu jedem Fach so eine Pareto-Analyse auch für dich machen. Das Ganze findest du auch, wenn du Kunde bei uns wirst, im Mitgliederbereich zum Downloaden.